Auch wenn es nur eine relativ kleine Gegend unseres Sendegebietes betrifft und betraf, aber wir hatten und haben zum Teil noch schwere Unwetter. Vor allen Dingen der Süden Bayerns und jetzt der Norden Österreichs sind und waren davon betroffen. Selber ist bei mir am Nachmittag die Wand aufgezogen und da wurde mir mulmig und mir wird sehr, sehr selten mulmig. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, bei mir direkt, aber nur wenige Ortschaften weiter sind Dächer abgedeckt worden, Scheiben eingeschlagen worden. Sehr vieles ist zerstört worden, es sind Tiere umgekommen, die draußen waren. Zehn Störche sind wohl in der Nähe von Benediktbeuern durch den Hagel erschlagen worden. Jetzt ist die Unwettergefahr aber endlich gebannt bis auf den letzten Rest im Nordosten Österreichs. Grüße Sie und Grüße Euch. Dieses Bild hatte der Jonas aufgenommen am Chiemsee und da kann man in etwa erahnen, was da für ein Monster aufgezogen kam. Wir werden morgen früh noch ein paar Bilder und auch Videos anschauen, was da so passiert ist. Jetzt geht es aber erst einmal um das nächste Thema und zwar das Thema Regen. Der Regen, der bis 18.50 Uhr runtergekommen ist, sieht man hier anhand der Unwetter. Am Kloster Scheiern waren es knapp 70 Liter Regen auf den Quadratmeter. Da kamen regelrechte Wasserwalzen runter. Jetzt ist Schluss mit den Unwettern, aber es kommt der gleichmäßige Regen und der kann für Hochwasser sorgen und zwar nicht zu knapp. Das sind die Regensummen des amerikanischen GFS-Modells jetzt vom sogenannten Zwölferlauf. Der zeigt eine Zone vom Bayerischen Wald quer durch Oberbayern gehend bis nach Schwabenallgäu in die Schweiz, rein nach Südtirol und im Westen und teilweise auch im Süden Österreichs von 100 bis zum Teil über 200 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. Das ist natürlich unten alles Regen, aber in den Hochlagen der Alpen wird das in Schnee übergehen. Und das sind Niederschlagsummen, die sind so an der Grenze zu einem mittleren Hochwasser, weil es relativ große Flächen betrifft. Das deutsche Modell Icon zeigt das Ganze ähnlich, wobei das ein bisschen weiter Richtung Alpen gebeult ist, aber auch Niederschlagsummen von 100 bis über 200 Liter auf den Quadratmeter. Schauen wir mal ganz kurz die Gebiete an, wo es den meisten Regen geben wird. Und das ist der Süden Württembergs, der Süden und Südwesten Bayerns, der Osten der Schweiz und der äußerste Westen Österreichs. Und hier besteht Hochwassergefahr. Zum einen haben wir in den Alpen ja keinen Schnee liegen. Das ist dahingehend wichtig. Da ist überhaupt kein Rückhalt für das Wasser, das sofort kommt. Das kann vom Schnee nicht aufgesogen werden und rauscht erst einmal die Berghänge runter. Erst dann geht das Ganze ja in Schnee über. Das sammelt sich ziemlich schnell in den Alpenflüssen und wird als braune Brühe dann in die Alpenflüsse kommen. Wir werden sicherlich Meldestufen 1, 2 sehr schnell bekommen, teilweise auch 3. Die Frage ist, wird es für 4 reichen, für größere Überschwemmungen? Da schauen wir mal kurz in die Ensembles. Beispiel für Oberstdorf. Es geht hauptsächlich um die unteren Linien, was den Regen angeht. Da ist der sogenannte Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells gut im Mittelfeld drin. Das heißt, die Niederschlagsummen, die da angegeben worden sind, die passen einigermaßen. Vom deutschen Modell Icon sieht es genauso aus für Oberstdorf. Wenn wir allerdings jetzt nach Kufstein gehen, zeigt das deutsche Modell Icon, ja, ist einigermaßen im Schnitt mit den anderen Läufen. Aber das amerikanische GFS-Modell hat mit seinem Hauptlauf hier in hellgrün doch deutlich weniger Niederschlagsummen als das Mittel aller anderen Berechnungen. Das heißt, das Niederschlagsgebiet mit mehr als 100 Liter auf den Quadratmeter wird sich wohl weiter nach Osten ausdehnen. Und das sind ja alles nur sehr grobe und grobmaschige Modelle, die Pi mal Daumen das Ganze haben. Aus der Erfahrung heraus kann man sagen, da kann man auch mal 50 Prozent mehr drauf rechnen. Und einige Lokalmodelle gehen zum Beispiel davon aus, dass innerhalb der nächsten drei Tage zwischen 150 und 200 Liter Regen auf den Quadratmeter runterkommen werden. Und dann haben wir ein sauberes Hochwasser, das aus den Alpen Richtung Donau fließen wird. Darüber werden wir natürlich in den nächsten Videos ausführlicher sprechen. Es ist klar, dass da jetzt was auf uns zukommen wird. Und für den großen Rest schauen wir mal, was das nächste Wochenende angeht. Das erste September-Wochenende. Hier sehen wir die große Karte und wieder ruhige und orange Flächen über weiten Teilen Europas. Das bedeutet, es wird spätsommerlich warm. Die 25-Grad-Marke wird deutlich überschritten. Vielleicht gehen wir sogar an die 30 Grad ran. Ihr erkennt aber über Westeuropa eine leicht orange Schattierung, die so ein bisschen heller wird. Das ist ein Höhentief, das sich einnagt, zusammen mit wieder etwas kühlere Luft. Und das wird wahrscheinlich dann wieder für Schauer und Gewitter sorgen mit einer Abkühlung. Aber nicht mehr mit solchen schweren Unwettern, wie wir es jetzt gehabt haben. Euch einen schönen Abend und bis morgen.